Willkommen zurück zum Let's Play Sam und Max. Wir sind hier wieder in Max's Brain, in seinem Gehirn. Oh Gott. Schlimm, wenn man auf Englisch spielt, sagt man das meist auf Englisch. Und wir müssen... Ähm... Wohin müssen wir? Zum Warehouse? Was ist das da? Okay. Was ist das? Was? Da geht's hin? Ich will einfach mal gucken. Warum hab ich zweimal dasselbe? Naja. Ich guck einfach mal, was dort passiert. Ich weiß eigentlich, wohin ich muss, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Was ist das? Es ist ein Klon, der sich rund um die Läbe hängt. Und der poor guy ist verletzt. Das muss sein, was Max letzte Woche war. Es ist nur so gut, denn es ist nicht viel, um mich hierher zu tun. Okay. Gibt's hier wirklich nichts. Da ist Mama Bosco, da ist Superball. Red ich erstmal mit Superball. Ach, keiner will mit mir reden. Dann benutzt das Loch. Ich kann es nicht durchziehen, mit diesem Kohn auf und es ist kein Weg, um es auszutauschen. Doch, du hast eine Zahnbürste. Keine Ahnung, was damit machst du jetzt. Aber egal, du hast eine. Ähm, ja, okay, dann... Ja, weil hier ist erstmal nichts weiter zu tun. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch den Ort, wo die Batterien waren im Park. Das hat nicht funktioniert. Es muss nicht mehr Klone von mir sein. Okay, ähm, ja, dann müssen wir ein bisschen rumlaufen wieder. Hör auf, mich zu Dingsen. Aber das war doch dieses Dings da, oder? Zu dem, zu dem Lagerhaus soll ich ja gehen. Aber wo ist der? Na, warum gehst du nicht mehr weiter? Wo ist das Lagerhaus? Äh. Äh. Keine Ahnung. Ne, da rennt er ja nur in die Richtung wieder. Und da weiter geradeaus läuft er einfach nicht. Ich bin verwirrt. Da läuft er auch nicht weiter. Ne, da läuft er ja auch wieder komplett zurück. Ey, ich will wissen, wo ich hin muss. Ich hab echt keine Ahnung. Da ist irgendwas mit Boskothek. Ja, gibt's immer noch? Ja, der hat, hat das ja gesagt. Der hat, der hat. Ah. Ah. Ja, ich will wieder zurück. Ich will kurz was nachgucken. Und zwar hier in den Notizen. Ähm. Okay. Achso. Es war ein Exit. Okay, Mr. Paperwhite. Dr. Norrington. Frampa Stinky. Sir. Flynn. Jürgen. Summoned Max. The Cops. Äh. Okay, hier gibt's nichts. Dann eben der Fall. Äh. Buh-ba-ba-ba. Took the toil to Mama Bosk in Cloning Chamber beneath the city. He'll need to take Max back out into the city to find him in Cloning Chamber. Zu Mama Boskos Cloning Chamber hat er ihn gebracht. Hm. Jetzt, woher hat der Grandpa Stinky Minion gesagt, dass die Cloning Chamber erinnert hat? Ja, das ist schon klar. Aber ich meine, das wäre auch irgendwas mit dem hier gewesen, mit diesem, wann er sich erinnern soll. Zu diesem Warehouse halt. Und, oh, mein Finger, äh, mein Finger. Ja, die Bildung. Die Gebäude sehen halt nun mal alle gleich aus. Hm. Ja, da rennt er ja nur wieder zu dem anderen hin. Muss ich vielleicht doch zu Mama Bosko? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ja mehrere Möglichkeiten. Ich könnte einmal... Ähm, wieder zu Mama Bosko als Dings hingehen. Warte mal, dann gehe ich nochmal zurück. Zurück. Und guck, vielleicht kriege ich ja doch irgendwie die Dings ab. So, jetzt bin ich jedenfalls wieder hier. Weil über das komme ich ja dort rein, aber... Ja, woher hat der Grandpa Stinky Minion gesagt, dass die Cloning Chamber erinnert hat? Mama Bosko... Nicht jetzt, okay. Ja, sie ist ja beschäftigt und lässt uns nichts machen. Und bla, blibli, 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 du. Achso, ist nur das. Ähm, ja, wie können wir das denn loswerden? Nein, wenn ich loswerden... Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung. Ja, er hat es doch gesagt, aber... Oh Gott. Durch den Tunnel komme ich nicht, weil seine Halskrause und so... Ich muss nochmal zu Skunkarpisch Schiff. Warum schreibt er sich das auch nicht komplett auf? Echt mal. Er liegt jetzt dort. Äh, sitzt dort. Hm, jetzt, woher hat der Gräufer Stinky Minion gesagt, dass er die Cloning ist? Ich meine, dass es mehr bei dem Gebäude gewesen ist, aber ich finde es einfach nicht. Tut mir leid, aber ich finde es einfach nicht. Scheiße, natürlich kann ich das nicht mal auswählen. Toll. Toll, toll, toll. Okay, dann muss ich halt doch ein bisschen noch rumlaufen. Ich weiß, die Lagerhalle, die war irgendwo am Wasser. Am Meer. Wo war die denn? Oh. Ernsthaft. Ernsthaft. Ah, jetzt in der verkehrten Richtung. Gut zu wissen. Okay, jetzt hat er sich... Jetzt hat er sich davon im Bild gemacht. Und sich dran erinnert. Und jetzt haben wir das letzte. Okay, dann produzieren wir uns mal dorthin. Okay, dann produzieren wir uns mal dorthin. Ich weiß, dass der Skunk-Ape dieses Toy-Robot-Business diskutiert. Begrüßt ein rechtes Falschämie an meinem Gesicht. Ja, ja, ja. Mit mir, mit meinem Unstoppable Army. Ich habe eine Bombe an mir, was soll denn der Scheiß? Okay, ähm... Ja, benutzt sie. Sam, genau, jetzt sehe ich wenigstens schon mal die. Und was kann ich noch? Da könnte ich auch rein theoretisch lang, will ich aber auch nicht. Schafft er das? Schafft er das? Von all den secreten Tunneln, die die Lovebirds haben, die Mol-People haben, um ihre Scheme auszutzen. Okay, äh, was habe ich denn bei mir? Warum habe ich ein Bild? In der Toy-Box. Nein, das sieht nicht sauber genug aus. Okay, ähm... Ach. Ah, warte mal, warte mal. Haha, ich weiß. Kann ich das doch bestimmt reintun, oder? Na, I'd better keep... Und was ist das? Hey, I recognize that. That's the cake of the damned. The evil recipe, the grandpa stinky magically turned into girl stinky. Or so that poor sap grandpa stinky was supposed to think. Hm, I'll just call this Exhibit A. Okay, dann... Tu einfach mal... ...das dorthin. Sim, Sim, Salabim. Jetzt denkt er, es ist die Toy-Box. What? The devil's Toy-Box? How can this be? The devil's Toy-Box? Ach, er ist ein Idiot. So ein Idiot. They said the Toy-Box had been destroyed. Yeah, well, they say a lot of things. Talking clone? Oh, now I see. You have come to make things difficult for me again. Yes, Sam? You might as well give up, Skunk-Ape. Once Stinky's done with you, you'll be tossed out like yesterday's bacon fat. Nonsense. She has been madly in love with me from the moment she saw me. Animal magnetism like this. You can't just turn it off, you know? How do you think I feel? Hand over that Toy-Robot, and I'll think about turning the Toy-Box over to you. You're hardly in a position to make demands, Sam. Why should I turn over this Toy-Box instead of simply taking what I want? For... Because I'll give you all the money I have in Freelance Police petty cash. Such a pitiful amount would barely pay for one of my chest-waxing sessions. Because if you don't, I'll blow up the Toy-Box once and for all. Yeah, you wouldn't dare. The explosion would destroy you along with half this city. I'd destroy half of any city to save my best pal. Besides, I'm using a loaner body. You're serious? I'm just crazy enough to do it. No, here. Take the robot. Ach, is that doof. That bomb away from the Toy-Box. There! Anti-matter bomb disabled. Containment protocols cancelled. What is he doing? Now I'd better get this robot into Max's brain, before Skunk-Ape realizes he's been flambouzled. Ähm, ja, dann hau ab. Ich weiß nicht, ob du einfach so abhauen kannst. Ah, this is the easiest pick. Did you hear that? Don't kill that one, Flam- No problem, Sam. Kann ich einfach abhauen? Ja, ich kann einfach abhauen. Okay, oh, ich hab's aus Versehen weggeklickt alles. Entschuldigung. Nervöser Finger manchmal. Und er kann abhauen. Okay. Okay. Sam to rescue team. Sam to rescue team. Robot acquired. Eat me. Over. Roger that. Puh, da haben wir aber was geschafft. Ui, dann kann ich ja auch dieses komische Teil da weg machen, ne? Ja, und wir sind aber auch am Ende des Parts und das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.